Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer finalen Farming Session, dem zweiten Teil. So, ich bin hier in der Bibliothek und habe gesehen, dass wir gegen den Chef hier antreten können. Der Dekan, okay. Bereit für ein Kartenspiel? Ja. 20 Leben, das ist natürlich nicht so. Okay. Wir haben schon 8 Geld über, das ist voll nice. Was hat er denn für Karten? Ah, ich seh schon. Vielleicht haben wir diese Dekan-Karte von ihm. Oh. Okay, bin gespannt. Sieht richtig OP aus, was wir so ein bisschen hier vor uns haben. 7. Wir können auf jeden Fall nicht beide legen. Dann lege ich ihn hier nach vorne. Der Bogenschütze wird den Typ nach First platten. Und Zerifus ist leider weg. So. So, was kommt jetzt als nächstes? Oh. Also wenn wir sie hier bekommen, wären wir auch ziemlich OP. Aber ich glaube, wir werden den Dekan hier bekommen. Hm, 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 hm. Was sind 5? Ja, Durchschlag. Aber ich kriege trotzdem 3 Schaden. Ach, das geht noch. Ich werfe den mal weg und sammle ein bisschen Geld. So, wir kommen ganz langsam voran, weil da oben ganz guter Deft gebildet ist immer. Irgendwie. Ja, schon wieder. Und schon ist er wieder weg. Okay. Ein sehr defensiver Spieler. Legen wir nach unten. Wer von beiden ist besser? Es kostet beide 4, der untere hat aber ein Damage mehr und ein Leben mehr. Was? Der oben ist ja heute schlecht. So. Weg damit. Boom. Boom. Und weg. Wann der Feld ist leer. Weil er jetzt noch ein Comeback startet, bin ich sehr überrascht. Oh. Andersrum war der Fischlauer gewesen. Er hätte den noch voll auslösen können, mein Teil, da, wenn er das andersrum gelegt hätte. Stimmt. Zwei Sieger kann ich hier nicht mehr legen. So. Tschüss, Gegner. Ist das echt OP geworden? Wir sollten bald auch diesen anderen Starken da vielleicht auch mal besiegen können. So knapp. War gar nicht knapp. Die Karte bewirkt, ja, das ist also die Karte. Du hast eine sehr, sehr finisierte Karte, bis wir dich unbedingt angucken gerade, die hatten wir eben gesehen. Wenn ihr wisst, was wir auslösen können, können wir auch kurz Rückspüren, als ihr ja im Knick gehabt. Gut. Dann wieder ein Cut und wir uns gleich wieder zur nächsten Truhe oder Karte oder was auch immer. Bis gleich. Okay, wir finden es bei 94,5% und... Ach, falsch gerade. Du. Gut, Kartenspiel. Ja. Was hat sich jetzt noch nicht? Ich weiß gerade gar nicht mehr viel. Weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt irgendwann versuchen sollte. Also kostet es eben Null. So, musst du diese Runde... Hm. Ja, okay. Offensive anfangen ist nicht schlecht. Vielleicht liegt ja irgendwas schlecht. Oh, das geht aber. Also ein Anfang, meine ich. Na, okay, da kommt eh nicht gelegt werden. Und weg. Ich habe noch zwei Leben. Oh. Die Karte ist... Die erinnere ich mich gar nicht. Habe ich die auch schon? Genau, das ist hier... Die Brücke, die Barrierenbrücke. Und das ist bestimmt die Brücke, Barrierenbrücke. Diese Barrieren-Wall oder sowas. Oder das ist Barrierenbrücke. Genau. Weg. Den Weg legen. Durchschlag oder Borge? Durchschlag ist stärker. Ich freue mich, dass wir jetzt schnell beenden. Oha, er haut rein. Na, er greift jetzt zurück auf jeden Fall an. Natürlich kriege ich nur Sachen, die dich angreifen können, so wirklich. Ach nee, den hier. Um hier zu... Ich lege den anderen... Nein, ich will nicht verlassen. Hier, ich verblock mal hier. Und damit blocke ich oben. So, und der kommt weg. Eigentlich muss ich nur ein bisschen ausharren. Außer, dass unten irgendwas OP ist. Nicht OP, aber er kann auf jeden Fall Zeit totschlagen. Aber ich habe Durchschlag. Das heißt, er wird diese Runde unten gleich sterben. Ich will davon eigentlich gar nichts legen. Und sonst lege ich irgendwas Doofes. Und dann habe ich nächste Runde irgendwie vergeigt. Ach nö. Zu Ende. Okay. Alles gut. Habt ihr ein Glück? Wofür Glück habe ich gar nicht gehabt. Das war können. Ah, jeden Fels. Okay, dann war das ja mal jeden Fels da. Der darf doch gerade Angst zu sein. Mit der Elf Defter. Schätze ich mal. Ziemlich sicher. Ja, genau. Dipp, dä. Ah, da jeden Fels. Ja, genau. Elf Verteidigung und Angriff kostet nur drei. Bam. Der ist ein guter Verteidiger. Gut. Dann nehmen wir langsam die Orte aus, wo ich nachgucken könnte. Wir haben 74,7%. Ich schaue mich weiter um. Ich suche zwar schon seit Stunden nach Objekten jetzt in dieser Aufnahme-Session, aber es ist alles okay. Bis gleich. So, dann noch einen ganz normalen Ort für mich geworden. Ich bin hier in der Wache, in der Normalen, die Zeitsidee ja, in Genua und hier will eine Wache noch kämpfen. Sehr nice. Kartenspiel. Ja. Das ist ein ganz einfacher. Oh, cool. Hab nie gehabt. Kriegen war auch nicht aufs Wald gerufen. Schade. Eigentlich ja ganz schön, dass man noch so einen einfachen dazwischen findet. Ich weiß gar nicht mal, was der für die Karte haben soll. Das kann man mir gerade nicht so ganz vorstellen. Tut mir leid, Sehres. Oh, das war's schon. Ups. So knapp. Knapp? Teilseitliche Wache. Okay. Aber ich hab auch gesehen, wenn man auf den Radar guckt, ist hier in den Häusern Genua. Du hast irgendwo noch eine Tour versteckt. Die muss ich auch gleich noch suchen. Ich weiß gar nicht, wie die Karten noch fehlen. Wir sind ja fast fertig eigentlich mit den Karten. Äh. Okay, das ist wahrscheinlich die mit Erstschlag. Die fehlt mir noch. Wusste ich gar nicht. Okay. Gut, dann suche ich weiter. Bis gleich. Okay, ich hab die Truhe gefunden. Und zwar irgendwie hier. In den Dorke hingegen, die wir schon mal steht haben. Sagt der was anderes jetzt? Kommt näher. Ich sehe diesen Tag nicht mehr so gut. Aber ihr seid eine Gruppe Grünschnäbel, die ich vor vielen Monaten traf zum Verwechseln. Ähnlich. Was für Abenteuer ich erlebt habe. Die Erinnerungen, die ich gesammelt habe. Damals scheute ich keine Gefahren. Nur gut, dass der Kaiser ahnte, dass der Magnus ihn verraten würde. Das war der Kaiser. Und anstatt mich hinzurichten, förderte er mich zum General. Aha. Wohl eine der Überraschungen, die das Leben parat hält. Also ist er jetzt nicht mehr so enttäuscht von früher, von den ganzen Morden, die er falsch gemacht hatte. Sondern er ist zum General befördert worden. Und er steht mit Truhe. Wahrscheinlich, weil wir das alles geschafft haben. Und ist ein Stern drin. Sehr schön. Dann sind wir hier in den Häusern. Auch fertig? Fragezeichen? Ja. Und es fehlt... Oh, wie heißt der? Immer noch 4,7%. Gut. Dann sind wir aber genug hier in dieser Zeit auch fertig. Hoffe ich mal komplett entlädtig. Und ich werde mich mal weiter wieder umschauen. Wie immer in letzter Zeit. Bis gleich. Okay. Ähm. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Wir waren ja damals hier. Und sollten das Spielzeug in ihr ein Buch bringen. Und ich habe ihnen ein Buch gebracht. Und zwar die 50 Trinkspiele. Dann wollen wir mal sehen. 50 Trinkspiele. Das würdet ihr einem unschuldigen Mädchen geben. Andererseits wird es sich als gut sicher weisen, wenn wir älter sind. Ihr habt also euer Versprechen gehalten. Deshalb hier. Das ist euer für euch. Was kriegen wir jetzt? Das heißt, wir fangen also mit den älteren an zu trinken. Ah. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich irgendwie alles in die falsche Richtung hier bringe. Ich habe es komplett vergessen gehabt, dass wir denen hier ein Buch bringen sollten dafür. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch Scherben dafür. Der Leute hat es schnell vergessen. Und hier wird nichts mal angezeigt, dass wir noch was isst. Wie fies ist das denn? Das heißt, es können überall noch Sachen sein. Oh nein. Na gut. Das heißt, die Pizza und so weiter kann man schon auch irgendwas noch mitmachen. Vielleicht kann man ja zum Meck. Wie hieß es nochmal? McDonalds? Ne. Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier die Sachen abgeben und dann... Willkommen. Ganz genug. Ne. Irgendwie kann man hier nichts... Schade. Oder kommt man hier durch? Tatsache. Gut. Ich dachte, vielleicht können wir ja so eine Pizza und Käse hier gebrauchen. Okay. Wird egal. Dann suche ich wieder weiter. Irgendwas... Ich glaube, ich weiß schon, was nächstes kommt. Bis gleich. So. Wir finden zwar noch vier Karten, aber eine Karte kann ich ja hier. Also drei Karten eigentlich noch, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da finden sollte. Ich wusste das nochmal... Vielleicht finde ich sie ja irgendwie nebenbei. Und ich versuche mir jetzt einfach mal hier nochmal an diesem Kampf gegen die Typen. Ich habe einmal schon fast gewonnen gehabt, also könnten wir jetzt ja eigentlich gute Chancen haben. Wir brauchen nur ein gutes Blatt. Ich will den Geist aber eher haben gerade. Weiß auch nicht, warum. Dann baut er seine Death auf. Okay. Neun Geld hat er diese Runde geschafft. Oh Mann. So, schaffen wir einfach ein Bein voll. Sieben. Den Unterrat schaffen wir voll. Okay. Wir dürfen ihm keine Death aufbauen lassen. Das ist ganz so wichtig. Ich will sowieso zwei bis drei Karten irgendwann legen, so wie jetzt. Wir brauchen jetzt einen Archer, der bis jetzt drei Damage macht. Wir schaffen es nicht ganz. Aber da haben wir Firstschlag auch, so wie er. Ja, müssen wir opfern. Aber können wir nicht legen. Opfern wir uns oben einfach einfach mal. Okay. In der Mitte baut jetzt... Oh, er baut überall die Shaka Death auf, mal wieder. Müssen wir oben nicht angreifen. Das wäre schon schön gewesen. Ähm. Ähm. Grafikpack. Was immer es auch ist. Kostet eins. Okay. Wahrscheinlich keine sämtliche Wache. Wahrscheinlich. Was soll denn das? Ähm. Hier kriegen wir ehrlich gewickt. Ich könnte lieber legen, haben wir fünf. Ich muss kurz überlegen. Ich muss so doof, wie es auch klingt. Den nach vorne legen. Den anderen nach hinten. Doof, wie es auch aussieht. Warum hat der First... Das ist kein Archer. Wie dumm bin ich? Okay. Die Runde haben wir, glaube ich, verloren. Die Runde haben wir verloren. Nicht so viel Zeit verplänen, aber nochmal neu versuchen. Ne, ich werde nicht mit ihm reden. Ja, ich weiß, wir kennen uns. Nein! Achso, ich dachte gerade schon. Versuchen wir es nochmal. Können wir nicht legen. So, fangen wir so an. Echt ein schweres Match mit dem Typen, aber man muss es ja irgendwie machen können. Der ist nicht so richtig weg. Den muss ich also nicht irgendwie anders fokussen. Den kriege ich nicht gelegt. Weg. So. Anders geht es schlecht. So, dein Feld ist leer. Aber er hat fünf Diamanten. Was ist los mit dem Grafikpack? Ich muss das Spiel, glaube ich, einmal gleich noch neu starten nach diesem Kampf hier. Meine Karten sind irgendwie gerade... Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich das, dass ich immer stecken geblieben bin? Das ist irgendwie dann gebroken? Zwölf Schaden? Was ist das da unten, bitte? Die Wand? Ich brauche jetzt den ersten Schlag, um das da unten zu schaffen. Äh, ja. Nein, ich wollte eigentlich nicht aufgeben. Ich werde einmal kurz verlassen. Das ist halt irgendwie doof. Einmal kurz das Spiel neu starten. Bis gleich. So, neu gestartet. Schauen, wie es jetzt wird. Ja, Kackspiel. So, können wir den Elis legen. Und wir könnten sie wieder legen. Autostarten von ihr eben war eigentlich nicht schlecht. Denk finde ich jedenfalls. Ach, Mann. Kannst du dich gegen mich legen? Juhu. Äh, ja. Doch. Ja. Klick muss man haben. Schade ist sehr gut. Warum? Oh, Double Death. Ich brauche irgendjemanden, der Durchschlag machen kann. Das ist tatsächlich repariert, leider. Aber ich habe jemanden, der Durchschlag machen kann, gekriegt. Vier. Sechs. Komme ich nicht durch. Der hat auch Durchschlag. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, mit diesen Karten kaputt gehen. Ich habe nichts, ich habe nichts am Spiel gemacht, nicht gepatcht. Ich habe nichts gemacht, was ich nicht machen darf. Und irgendwie... Ja. Echt schade. Musste wahrscheinlich durch so ein Crash passiert sein, als ich einmal aufgehen musste. Oh nein, unten ist das ein Problem. Werde unten mal ausharren müssen, diese Runde einmal. Wir können auch nichts machen. Wir brauchen da wieder einen Archer für, um das hinzubekommen, weil der Firstschlag hat. Ganz gut ist, dass wir oben eigentlich ganz gut vorankommen. Nein! Warum so viel Pech gerade? Oh, sehr schön. Wir müssen wieder versorgen, dass die Mitte wieder safer wird. Hm. Ganz unten können wir nur Deffen, muss ich sagen. Wir müssen sogar einen Fehler machen. Überlegen. Der Typ in der Mitte macht eh fünf Schaden. Das heißt, ich kann auch den legen. Wer fliegt dann drei Leben? Aber Clara wird auf jeden Fall sterben. Jetzt nehmen wir da hin. Ja, ist besser. Ja, machen wir mal so. Und die beiden werfen ich erstmal weg. Ist er dran. Das Problem ist halt, dass er jetzt überall Deff hat. 18 und 10. Der Durchschlag und 8 Leben, der überlebt das. Und ich lege ihn oben hin. Dann kriegt er noch mal einen Schaden. Nee. Angst hat, was gleich passieren wird. Nein! Acht Schaden abkassiert. Das darf nicht passieren, sowas. Wir könnten aber noch gewinnen. Warum ist er noch einen Archer, wenn er jetzt einen Schaden macht? Habe ich nicht. Auf sieben kommen wir nicht hoch. Die greift nicht an, weil sie Defft. Er muss weg. So, jetzt muss ich Deffen. Ich habe verloren. Und das so knapp mal wieder. Obwohl, nö. Ich kann auch noch die Runde überleben. Ich habe so eine geringe Chance zu gewinnen. So eine Mini-Chance. Wieder einleben. Oben nicht Deffen. Nein! Wieso? So, jetzt genau überlegen. Wir brauchen einen Archer. Wieso kriege ich keinen Archer? Ähm. Ich glaube, ich habe eine Chance. Ich muss den hier oben legen. Aber er greift zuerst an. Ach, Mann! Ich muss überlegen. Eigentlich brauche ich alle davon. Aber ich kann alle nicht legen. Habt ihr mal zwei? Dann werfe ich auf jeden Fall schon mal den oberen weg. Dann werde ich sieben. Dann beide legen. Was doof ist, nur ich habe verloren. Weil er mich oben angreift. Oben bringen sie sich gegenseitig um. Ich kann nichts machen. Ja. Wieder mal so ein... Zu eins verloren. Mit einem Punkt rücksteigen. Na toll. Das ist doch nicht euer Ernst. Das kann auch so nicht weitergehen. Ein Punkt. Heute war ich am besten. Ja, genau. Du hast fast verloren. Sicher warst du am besten. Und dabei war der Start eben so schön. Okay. Boah. Oh. Nein! Ja. Ich weiß, das war gerade sehr... Dieser... Dieser... Leaf. Aber ich brauche einen guten Start, um eine Chance zu haben gegen den Typen. Toll. Das wäre ein schöner Start gewesen. Ich brauche ihn eh nicht zu. Ne. Muss ich ihn wegwerfen. Immer machen sie sich als Starter. Ist okay. Warum muss der immer so extrem... Ja, er hat 13 Punkte. Aber ich könnte diese Runde richtig loslegen. Überlegen. Wie kann ich die meisten Schaden rausholen? Ich könnte versuchen, wenn ich den mittleren wegwerfe. Habe ich... Ach. Dann reicht es nur von unteren. Aber der Erstschlag... Der muss weg. Der auch. Und der muss dahin gelegt werden. Mit Erstschlag oben. Erstschlag ist einfach so OP. Nein, auch ein Erstschlag-Typ. Aber der ist genauso stark wie meiner. Also fast so stark. Aber genauso gefährlich. Ich kann nicht mehr Schaden machen dem Typen. Ich muss einfach drauf hoffen, dass er Müll legt. Der Deft unten extrem. Kann ich die mittlere blocken? Mann. Ich wäre 13 Punkte, würde irgendwas OP ist. Dann würde ich das gleich legen. Okay. Ich habe keinen Archer, was schade ist. Aber der Typ ist cool. Mit Erstschlag sogar. Wow. So. Und dann kriege ich eh noch nicht weg. Ich muss so legen. Ja. Muss ich versuchen so. Das meine überlebt. War seine auch. Oh nein. Oh, das tut weh. Ich brauche einen Archer, bitte. Ja, einen Archer. C ist gar nicht wichtig in die Runde legen. Aber den Archer schon. Aber den kann ich in der Mitte nicht. Dann muss ich oben meinen schönen Ritter verlieren, oder? Ja, ich kann keine 10 Punkte riskieren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, dass ich 10 Punkte riskiere. Aber ich kriege jetzt eh 10 Schaden. Und ich habe verloren. Na, wie diese Karten das so extrem beeinflussen können. Jetzt sind wir den ganzen Völker an diesem Kampf hier. 2, 2, habe ich 5. Fange ich so an. Keine so schöner Stadt wie sonst, leider. Dann wäre er 10, aber warum greift er nicht an, Mann? Die Wall. Ja, da unten ist günstiger und einer hat hier weniger. Die Wall bringt mir überhaupt nichts. Das Problem ist halt, dass er Death aufbauen kann, wie Fuck the Fuck. Weil er halt nur gute Karten hat und keine schlechten. Er kann also sauschnell Geld verdienen und sauschnell Karten aufbauen. Und ich habe alle Karten. Ich muss damit also leben, dass ich immer schlechte Karten noch nebenbei ziehe. Ich könnte eigentlich schon wieder aufgeben. Obwohl, ich liege ja eigentlich noch nicht so schlecht da gerade, aber ich kann auch nichts Gutes legen. Und er hat Kuro gelegt. Das werde ich jetzt über früh aufgegeben. Na, ich werde ihn nicht ansprechen. Das hatten wir alles schon mal. Ich werde das hier offscreen weiter machen und dann, falls ich mir siegen sollte, blende ich dann das ein. Bis gleich. Es ist unglaublich. Ich nehme eine Folge nicht auf und dann der gewinne ich. Es ist unglaublich. Wie kann sowas passieren? Ja, wir haben safe gewonnen. Unten lege ich einfach mal einen Däffel noch. Einfach nur so. Weil ich es kann. Und ja, wir haben gewonnen. Ohne überhaupt ein Papier zu verlieren. Es gibt es nicht. Ich bleibe eine Folge nicht auf und kurz drehe mich voll. Dafür werde ich mich rächen. Hier, ich verdiene diese Karte. Wieso rächen? Wieso rächen? Professor Giro. Du bist Professor Giro? Ohne, nicht, dass er sich an uns rächen will, weil wir ihm ein Kartenspiel besiegt haben und deswegen alles passiert ist. Ne, hoffe ich nicht. Professor Giro? Professor Giro? Professor Giro? Giro, Siegiro. Ach, die Karte. Kennen wir ja noch. Fünf Schaden, nur drei Leben. Kostet sechs. Nicht ganz so OP. Die hat er auch eben eingesetzt. Die hat nichts gerissen. Ah, das ist ein schönes Geräusch. Ähm. Ach, das ist Wasser. Nicht das Riechen. Haha. Äh. Dann. Weiß ich nicht so recht. Versuche ich die letzten Karten irgendwie ausfindig zu machen. 22 und 36. Dann haben wir alle. Geben wir nochmal Mühe. Bis gleich. Ah, Leute. Ich habe die vorletzte Karte gefunden. Ich dachte nicht, dass dieser Wikinger noch was zu uns hat. Ich glaube, er hat uns damals schon was geschenkt gehabt. Und jetzt können wir noch Karten spielen gehen. Das ist cool. Vorletzte Karte gefunden. Yes. Hm. Okay, wir eh nicht. Den lege ich gerne. Und den brauche ich nicht. Aber wir haben die eine Schwersten eh schon besiegt. Das freut mich echt. Und zwei Karten fehlen nur noch. Die müssen ja irgendwo sein. Oder fehlen drei Karten? Die zweite fehlt ja auch noch. Okay, drei Karten. Hm. Hier oben ist es nicht ganz so ungefährlich, muss ich zugeben. Ich kriege oben mal stärkere Däffeln, damit der E-Durchschlag, er wird diese Runde Damage bei uns dealen. Nächste Runde leider auch. Aber das lassen wir uns jetzt nicht so unterkriegen. Wir haben gleich schon irgendwas Gutes zum Kontern, hoffe ich mal. Wäre peinlich, wenn wir es verlieren würden. So. Ja, wir kontern hier oben einfach. Bäm. So. So muss das sein. Was legst du jetzt so? Noch so ein. Okay. Jetzt ist unsere große Trumpfkarte schon tot. Das Krim wird nicht verlegt. Boah. Haben wir oben, hat keine Däffeln, eine Runde mal. Schön, ein bisschen risky. Der hat ja nicht so viel Leben mit der anderen Türke eben. Nochmal. Er haut noch alles raus, was er kann. Hat jetzt verloren. Ich lasse hier auf dem Feld nichts liegen. So. Tschüss. Damit haben wir die drittletzte Karte. Was kennen wir jetzt? Großer, fieser Troll. War das dieser Troll-Boss? Nee, das ist pure. Wie immer. Großer, fieser. Fieser Troll. Da. Nein, kann doch nicht sein. Nee, ist doch großer, fieser Troll. Nee, groer Fieser Troll. Da war doch ein Schreibfehler. Gut. Dann suche ich mal. Wer suchet, wer findet. Bis gleich. So. Dann sind wir jetzt zu diesem Rätsel zurückgelangt. Und zwar habe ich mich dann informiert, dass man mal den Konami-Code hier anwenden. Und zwar muss man ab Up. Down. Down. Dann muss man left. Dann right. Dann wieder left. Dann right. Und dann muss man, glaube ich, B, A. B ist unten. Und A ist oben. Aha. Dann geht's weiter. Wie soll man, wenn man so etwas kommen soll, wenn man das nicht kennt? So wie ich, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall kriegt man so auch noch ein Secret hier raus. Und ich habe rausgefunden, dass ich die letzten beiden Karten nicht kriegen kann. Ich muss mich informieren, ich habe alles durchsucht, ich habe nichts mehr gefunden. Eine Karte ist ein Giros Labor, wo wir gerade eh rein müssen. Und die andere kriegt man erst mal alle anderen Karten hat. Also haben wir alle Karten bis jetzt. Und wir haben noch einen Stern gefunden. Sehr schön. Was mir jetzt so sehr interessiert, ist das mit der Pizza. Geht man diese Pizza irgendwie weg? Ich hoffe es. Da gibt es noch was, wenn man das anspricht. Ihr habt den First Nakumi-Schatz gefunden. Wie habt ihr das für geschafft? Ähm. Konami-Code. Okay, Leute. Bis gleich. Ich such weiter. Okay, Leute. Ich habe ein bisschen was ausprobiert. Und ja, ich habe doch noch, glaube ich, vielleicht was gewonnen. Hey, ich kenne euch doch. Ihr seid doch mit einem anderen aus dem Fenster ausgebrochen. Ah. Aha. Ich habe euch doch gleich erkannt. Wenn ihr nicht wieder im Gefängnis landen wollt, müsst ihr schon 10 Geld springen lassen. Nein. Sicher, Freundchen? Zack, zack. Mit den 10 Geld. Sonst geht's postwendend ins den Knast. Nein. Aha. Okay. Ich muss hier versuchen, irgendwie wieder meine Sachen zu bekommen. Hier waren wir ja schon mal. Äh, wo waren meine... Schatten sahen sie uns, glaube ich, nicht. Hier gab es noch ein paar Secrets, habe ich gehört. Ich möchte aber nicht unbedingt alles hier nochmal durchgehen jetzt. Ich darf erst mal ein bisschen suchen und dann werde ich mir zeigen, wie ich was finde. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Midi-Dungeon noch gemacht und zwar da im Palast, wo ich immer dachte, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. So, nee, nee, ich schaffe das nicht, wo ich nicht hingekommen bin. Ich habe immer nachgetraut, dass ich hier nicht hingehen konnte, weil ich verpatzte, weil es nicht zurückging. Und jetzt habe ich es jetzt gemacht und ich hatte erst die Gefängnis vorgeöffnet und ich weiß, auf welches. Denke ich mal. Was ist, wenn ich mich jetzt sehen lasse? Ich habe es ja geschafft. Müsste jetzt eigentlich... Ja, jetzt ist das da oben offen. Und wir haben die Truhe auch hier im Palast. Das ist sehr schön. Und das ist ein Stär. Gut. Wahrscheinlich werde ich auch gleich wieder im Poderseum kämpfen müssen. Denke ich mal. Das muss ich euch aber nicht antun. Also, ich schaue mir noch um, aber ich weiß nicht, ob ich hier noch was finde. Falls nicht, gebe ich mir Rundminderung, sonst finde ich noch was. Also, bis gleich. Hallo, Leute. Durch random rumschieben von Gegenständen habe ich zufällig rausgefunden, dass ich mal den oben rechten Grabstein hochschieben kann. Wie verzweifelt, was ich seitdem alles hochschieben zu wollen. Achievement. Oh. Tomb Raider. Juhu. Krab. Räuber? Glaube ja. Und eine Truhe. Und was ist drin? Ein Schnell zum Sammeln. Findet sich denn hier... Mal gucken. Wenn ich jetzt auf den Radar gucke, findet sich hier im Untergrund noch irgendwas? Irgendwo anders? Nö. Gut. Dann haben wir noch einen mehr. Ich weiß nicht, ob ich das alles da finden kann. Das ist gerade langsam schon ein bisschen verzweifelt, was ich hier ausprobiere mit dem Finden. Hier ist auch nichts mehr. Ne. Okay. Bis gleich. So, Leute. Jetzt sind wir wieder hier im schlimmsten... Einer schlimmsten Dungeons von allen. Und wir finden hier ja noch zwei Truhen. Eines da drüben. Und ich habe überlegt, wie kommt man da hoch, wenn man keinen Hörsprung bekommt? Ja. Vielleicht so. So, geht das. 29 von 30. So. Mein Problem ist jetzt, dass ich keine Ahnung habe, wo der letzte Stern sein soll, weil ich habe alles durch. Also, ich habe mich auch schon informiert jetzt, also, das mit diesem Draufsprung-Trick. Ich wusste, dass es gut da ist. Ich wusste nur nicht, wie man einen Hochsprung bekommt. Ich habe mich informiert, ob er diesen Trick hier gerade mit dem Stern informiert gehabt. Aber irgendwie hatte ich alle der restlichen 29 Sterne schon. Und ich habe jetzt 29. Ich habe keine Ahnung, welcher befehlt. Ich habe jetzt viele schon wieder durchgeguckt, ob ich die auch wirklich auch, damals auch wirklich durch den Bug nicht, irgendwie nicht bekommen habe, geguckt. Aber ich bin sehr irritiert gerade, wo der letzte sein soll. Ich mache noch einmal kurz jetzt weiter, weil ja das Problem hier ist, es gibt hier ja leider jetzt noch eine Sache. Noch eine Truhe, die mir jetzt niemals bekommen hat, durch einen Fehler von mir. Ah, sehr schön. Hi. Ah, super. Perfekto. Ich weiß nicht, ist das hier beim Runterfallen? Es könnte hier sein. Ne, hier noch nicht. Es kommt ein bisschen später. Wenn ich das verpasse, muss ich das ganze Land schon nochmal neu machen. Ich muss also ganz so aufpassen, wenn das kommt. Es könnte jetzt jederzeit kommen. Hier ist es. Ja. Ja. Was ist hier drin? Rote Pampenur. Damit haben wir auch dieses Dungeon komplett abgeschlossen. Gut, wir haben 97,5 Prozent. Das sind zwei Karten. Ähm, und ein Stern. Kann nicht sein. Fehlt mir noch irgendwo etwas? Hm. Okay. Egal. Doch, eine Sache könnte ich noch holen. Da sehen wir uns gleich noch einmal kurz wieder. So. Ja. Zum Abschluss dieser Folge müsste ich eigentlich es hinbekommen, die Rüstung komplett zu machen. Ich hoffe, dass die drei reichten. Was soll man machen? Stiefel. Ja, haben wir. Sehr schön. Damit haben wir eine komplette Oricon-Rüstung. Das ist schön. Das gibt sie uns. Juhu. Haltbar. Mit dem Intimidiv von anderen Füßen könnt ihr die Welt verlaubt. Das ist Handwerk von Mais-Tflanzen. Ja. Damit bleiben wir bei 98 Prozent. Das ist nice. Das heißt, uns fehlt noch einmal Mana. Minus Fertigkeit. Zwei Karten und ein Stern. Ich habe keine Ahnung, wo das alles sein soll. Vielleicht machen wir das noch mal in einem anderen Part, wenn wir in Giros Labor nicht alles bekommen sollen, was uns fehlt. Und damit sage ich einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Das heißt, Let's play Evernad 2. Ciao. Noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar dachte ich immer, ich wäre hier schon gewesen. Bei diesem kleinen Weg hier. Und ich war hier nie. Ich habe hier niemals mit Truden geachtet und mir war hier noch eine Truhe. So. Finale Truhe für heute ist... Der letzte Stern. Star-Player-Rugenschaft. Ach, gut. Damit verenden wir die Folge heute mit... Wie vielen Prozenten? 98,3 Prozent. Sehr schön. Versuchen wir in Giros Labor und nächstes Mal den ganzen Rest zu bekommen. Da sollte ja noch ein bisschen was sein. Also zwei Karten und so weiter. Und wen aus Fähigkeiten würde ich auch gerne irgendwann nochmal bekommen. Mal schauen, ob wir es hinbekriegen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jetzt wirklich. Ciao.